Ja, aber jetzt mal eben, ich möchte das Ganze schaffen. Als wir vor zwei Jahren diese Wettbewerb gemacht haben, Herr Angela, haben wir angefangen mit richtig dick geworden. Die war viel zu dick. Das hat Zeit genommen, den Anschlag zu machen und das Stricken anzufangen. Da haben wir auch so gestrichen. Wir brauchen dünneren Fäden. Wir brauchen dünneren Fäden. Wir brauchen dünneren Fäden. Wir brauchen dünner Fäden. Das Vertrauen von gestern nehmen wir mit, heute ist besser. Und vor allem nach Freunden sein. Hoffentlich bei Spannung hoch geht es gerade. Und klar. Alles gut zu dachten. Nachher. 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 Nur 1, 3, 3, 1... Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Kommt gut, wir versuchen es wieder. Da ist es! Links ist es. So krieg ich ihn. Das ist klar, he? Die Spannungsdähe. Das ist gut. Ich bin noch ein paar mit. Ich bin noch ein paar mit. Ich bin noch ein paar mit. Komm hier, ich bin mit dem Ärmel da. Das ist cool. Brauchst du mich? Alles da? Ja, das ist gut. Da kommt gleich die eine Seite vom Ärmel an. Jetzt stimmt es. Das habe ich tatsächlich. Alles geht. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das ist gut. Ich bin noch nicht. Das ist echt gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Schöne die Sankt? Ja! Applaus! Komm her! Schöne die Sankt! Nee, oder? Das ist geschlossen! Das passt! Das passt. Das ist krass.